Hallo zusammen, ich bin Joel und arbeite bei der Glarner Kantonalbank. Ich bin der Praxisausbildner von Mediamatiker. Bist du auf der Suche nach einer interessanten Lehrstelle, dann bist du bei uns genau richtig. Ich zeige euch jetzt, was ein Mediamatiker im Alltag macht. Kommt mit! Für den Beruf solltest du die Kreativität und das Interesse an neuen Medien mitbringen. Die Kamera wird bei uns sehr viel gebraucht, sei es für Fotoshootings, Videoaufnahmen oder wie hier bei einem Livestream. Das Bild- und Videomaterial bearbeiten du dann so nach, dass wir es auf der Webseite und unseren Social Media Kanälen publizieren können. Mediamatiker können auch Webseiten aufsetzen und bearbeiten. Das mit Hilfe von HTML, CSS und JavaScript. Sehr spannend bei der Glarner Kantonalbank ist, dass man in verschiedensten Projekte mitschaffen kann und so mit anderen Abteilungen in Kontakt kommt. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in den Berufsalltag vom Mediamatiker rüberkommen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis bald! 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 Vielen Dank.